Das hier müsst ihr euch reinziehen, ein Compilation-Tape aus meiner Produktion. Ich nenn's das Große Kotze-Album. Da findest du Künstler drauf wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Mama Cass, Belushi. Alles große Künstler, die an ihrer Kotze erstickt sind. Auf sowas steh ich. Ja, warte du Bomi-Popejek, Kamista! Ja, warte du Bomi-Popejek! 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 Danke, dein Bomi-Popejek! Ihr Gehen! Musik 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 You shall never retrieve the Necronomicon, you'll die in the graveyard before you get it! Hmm, what a horrible night. Oh God, I can't move! Oh God, I can't move! We'll be under arrest due to torture and abuse against the computer law of 1986. The computer is fucked up! You can't move! Oh God, I can't move! Oh God, I can't move! Oh God, I can't move! Alle Abgleichungen sind erfolgt. Apparat arbeitet allerdings nur dann, wenn der Zyklotonenrotor voll arbeitet. Untertitelung des ZDF, 2020